Hey Leute und willkommen auf diesem Kanal. Ich befinde mich gerade in der Schweiz und deswegen dachte ich, ich mache einen kleinen Travel Vlog für euch. Also ich würde euch einfach überall mitnehmen und zeigen wie mein Tag so abläuft. Eigentlich bin ich schon gestern hierhin angereist, aber es war relativ spät und es gab eh nicht viel zu sehen. In dieser Zeit werden meine Familie und ich bei unseren Verwandten übernachten. Deswegen nicht überraschen, falls ich sie mal in meinem Video erwähne. Okay, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Los geht's. Am gleichen Tag haben wir eigentlich nicht so viel gemacht. Wir sind nur ein bisschen ruhe spaziert und haben die Natur genossen. Guten Morgen Leute und ich mache mich jetzt fertig. An diesem Tag haben wir was richtig cooles gemacht und zwar sind wir zu einer Kürbisfarm gefahren. Und dort gab es sehr schöne Ausstellungen, Figuren und auch Top 3 der größten Kürbisserges. Auf dieser Farm gab es auch einen kleinen Hofladen und dort gab es sehr viele Produkte mit Kürbis, wie zum Beispiel Popcorn oder Schorle. Am gleichen Tag sind noch eine Stadtbesichtigen gefahren und sie war so unfassbar hübsch. Es war schon relativ viel spät, aber zum Glück haben wir geschafft, den Sonnenuntergang zu beobachten. Eigentlich wollten wir Rodelbahn fahren, aber leider konnte es nicht stattfinden wegen dem Wetter. Dafür sind wir aber in so einen richtig süßen Bergrestaurant gegangen. Danach wollten wir eine Stadt in der Nähe unbedingt besichtigen. Am vorletzten Tag haben wir eine richtig coole Bergsteigung gemacht. Der Kürbis, 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 der Kürbis Untertitelung. BR 2018